Ich will... Was ist das Verbot? Ja sicher... Urrot... Wer gibt früher auf? Ich tu Teppat, oder? Tark... Und BAM! Das ist jetzt immer so meine, oder? Mama, oder? Groche meine, oder? Der hat gesessen! Nicht so weg, das ist so, oder? Das ist direkt oben, auf deine Hand zu her. Auf deine Hand zu her, ja? So? Nimm so? Na! Ja, das mach ich aber nicht so. Ja, oder? Du hast bei dir einen Muskel? Ja, super! Ich treife immer, oder? Ich treife immer! Uuuuuh! Jetzt hab ich auch gleich wieder gegen einen, oder? Ja! 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 Jetzt hab ich auch mal kurz... Ja! Du hast grad die Zeit, bis sich an! Jetzt gibt's schon die Kraft noch... Aber Ritza-Schläge sind doch immer... Schneid-effekt-hier. Ja du sollst... Du noch... Du bist ja schon, Alter. Ey, du bist ja schon, Alter. Ey, du bist ja schon, Alter. Ey, wenn's willst, kannst du das dann anschauen. Wenn's willst, kannst du das dann anschauen. Du hast dich weggedreht, das hab ich gesehen, Alter. Ja, du bist bestreit, Alter. Oh, was macht denn da alles? Ja, der ist genau an den Muskel gegangen, weil ich eigentlich schwarz gehabt hab. BAM! Kommt, Burschen, zwei Minuten müssen wir raushalten. Wartet, da hat's mehr Platz, hm? Was? Fieks, den brauchen wir nicht im Bild. Ich rutscht doch auf, Alter. AHHHHH! 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 Was? Ich hab mir gedacht, der hat einen Müll ab. Ich bin jetzt einmal dran. Einmal unsch ich nur rein. Einmal wir unsch... Na, der ist auf die Zeit. Ja, denk an, Alter. Komm, wie auch so weit weg, Alter. Ja, ne, ne. Wie der Schulze jammer doch! Das tut wohl nicht so gut, oder? Du teppert, oder? Blut und Laute, oder? Warte mal! Du hast eine blutige Nase! Oh, Feist! Ich hab ja Angst vor allem, dass du mit dem Symptom so... Ich hab ja Angst vor allem, warum holst du immer so weit aus? Schnitt!